Untertitelung des ZDF, 2020 Der beste Weg Zahnbelag zu entfernen ist einfach eine optimale Zahnbürste zu benutzen. Die Oral B Advantage hat spezielle Borsten, die sogar hinter die Backenzähne reichen und Zahnbelag besonders gründlich entfernen. Oral B Advantage, die beste Zahnbürste, die wir je entwickelt haben. Oral B, die Zahnbürstenmarke, die Zahnärzte am häufigsten benutzen. Die neue Pizza-Überraschung von Restaurante. Vier Jahreszeiten. Wunderbar knusprig und extra dünn. Schmeckt wie beim Italiener. Man neme Doktor Utka. She kept saying, man, how long are you gonna run this way like that? Tango. It's always the same. And I said, man, I'm gonna run this way like that forever.